Hey Sabels, ich bin's hier, eure Sabrina und wir sind auf dem magischen Weihnachtsmarkt. Wir haben uns natürlich wieder nach oben hier zum Rennwichtel hochgeschlittert. Und hier neben mir ist die Elisabeth Fireleaf und sie hat sich schon komplett eingekleidet. Wow, schick, 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 schick. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Rennwichtel. Nachdem ihr ja das erste Mal hier im Dorf gewesen seid und mit dem Weihnachtsmann gesprochen habt, poppen ja hier diese anderen Quests auf. Frohe Weihnachten ist ja hier immer noch im Shoppingcenter. Dann haben wir hier Klingels, Fix und Frostig an, eine magische Bruchlandung und Wichtel verstecken. So, wir wollen erstmal hier gucken, was der Wichtel macht. Was das Beste an Weihnachten ist, natürlich durch den Schnee zu rasen. Klingel. Hör mal zu, wir Wichtel haben gehört, dass unser Chef, der Weihnachtsmann, nach Fahrern sucht, die seinen Schlitten vor dem großen Tag testen. Wenn du deinen Job willst, zeig mir deinen Schlittenschein Klasse B, der besagt, dass du qualifiziert bist, auf Eis und Schnee zu fahren. Klingel. Du hast keinen Schlittenschein Klasse B, dann musst du trainieren. Ich schicke dich zuerst in das Fix und Frostig-Rennen. Zieh deinen Schlitten einfach dort den Hang runter, drehe eine Runde um den See und triff meinen Kollegen Klippenpaar an der Ziegelinie. Du hast doch einen Schlitten dabei, oder? Klingel. Nein, wir haben keinen Schlitten. Du hast auch keinen Schlitten. Na schön, wir können improvisieren. Reite einfach auf deinem Pferd. Achtung, fertig, los! Also, wir bekommen 400 Erfahrungspunkte, 30 für den Reiter, 150 Schillinge und es gibt dreimal Weihnachtswunsch. Drücke den Button, wenn du fertig bist. Gut, wir probieren's. Und wir schlingern! Juhu! Und springen dürfen wir hier auch noch, okay? Oh, da kommt ein Schlitten! Wo geht's jetzt lang? Da hinten geht's weiter, okay! Rutschen, sliden. Und wir werden natürlich überholt, weil wir ein Urpferd raten. Oh mein Gott, hier wird scharf geschossen! Und wenn wir von so einer Kanone getroffen werden, seht ihr, was passiert? Wir halten an. Und nochmal weiße Schinkelwesen ist. Also, nicht von treffen lassen, hier von den Wichteln. Wow! Hier kommen noch Sachen aus dem Boden. Also, aufpassen! Es ist einfach echt grandios, was sie sich haben hier ausgedacht. Und das sieht nach dem Ziel aus. Wow! Wir haben das dann absolviert! Also, der Button ist hier auch sehr schön gemacht. Fix- und Frostig-Rennen haben wir erfüllt. Bei deinem Glöckchen, das war eine schreckliche Technik. Du hast dich wegen eines Schlittenscheins in der Klasse B hergeschickt? Oh mein Gott! Niemals! Du bist aus dem Rennen. Der Chef wird dich nicht in die Nähe seiner Schlitten lassen. Probier doch mal beim Osterhasen. Da hab ich gehört, der wäre ein Softie. Also, das ist echt cool gemacht. Was sag ich immer? Harte Arbeit, Disziplin. Darum geht es beim Weihnachten. Okay, wir machen das so. Geh einmal am Tag zu Klingeln. Versuch dich erneut am Rennen. Wir haben sogar einen Anreiz für dich. Marken. Diese Marken kannst du gegen Preise in der Eisboutique eintauschen. Ach, ich sehe schon, wie motiviert du auf einmal bist. Vielleicht schaffst du es ja deinen Schlitten-Schein. Klasse B nach vor dem großen Abend. Wow! Ist das nicht klasse? So, wir haben ja als Belohnung dafür, haben wir drei Weihnachtswünsche bekommen. Wenn ihr mehr von uns hier sehen wollt, in der magischen Welt des Weihnachten, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann, Sabelt!